So, liebe Freunde, damit begrüße ich euch zu der ersten Folge MW2 hier und ich und Paddy gehen Spitznatz. 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 Und mit dabei ist noch Jonas und ein anderer Jannis. Den Jannis hört man nicht, weil sein Mikro kaputt ist, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das tut ihm ganz doll aua im Herzen. Das heißt, ich und Paddy gegen Kuvor02 und NicengamingTV. Wer, ey, kann ich lesen. Sollen wir Spitznatz oder Rangers? Was geht hier? Wir sind Spitznatz. Hier sind Spitznatz. Das sind wir Rangas. Ja. Okay, Doc. Okay. Oh mein Gott. Nächste, du bist schon mal 1-0. Hä, ich war doch nicht mal drin, Junge. Ja, ist, ist okay. Ist okay. Ich so, okay. Also, Team Kiel ist an und wir spielen ganz normal bis zwölf Punkte. So könnt ihr uns erstören und nach drei Punkten ich wechseln. Das Ziel verteidigt. Die Map gibt es auch in mp3. Echt? Ja, die gibt es ja. Nein, in Black Ops gibt es die wahrscheinlich nicht. Jedenfalls kann ich mir das so nicht vorstellen lassen. Eine Spä. Einer B. Alter, Junge, ich schluck halt noch mehr. Oh. Was, du? Nein, hab ich nicht. Natürlich für Schlüsse einfach schon in der Wand drin stecken. Ich seh' nicht, deshalb. Oh, ich bin, ich bin. Bam. Alter, ohne zu gucken schießen, jawohl. Ja, auf jeden Fall. Oh, Patty, dein Ernst. Warte. Oh, scheiße, mein Kumpel. Achso, ich müsste platzieren. Stimmt hier. Ähm. Rudi? Wo bist du? Die Bombe wurde platziert. Ja, da war der Mann. Nein. Doch. Sicher, dass du mit Zneifen spielen willst. Patrick's Herz schlägt in unsere Seite Richtung Verlauf. Hat er was schlecht geschossen. Ja, klar. Ja. Durch das Ding durch Mitscheidige. Ja, ich habe es mir auch gerade geteilt. Das sind verteidigt. Da. Da. Das war schlauze. Ich habe zu Tricks. Obst, man. Obst, man. Meines. Der Bombe wurde platziert! Wunderbar, mein Bruder! Oh! Natürlich negativ! Äh, Cockpit B! Äh, Cockpit B! Patty, was machst du bei A? Du musst defusen! Äh! Ich bin grad voll überfordert und so und alles ist scheiße und... Äh... Lass mich Mama! Nein! Okay, ich schaff' mir! Papa will das nicht! Fuck, die sind immer noch treten! Ich hab sie mir schon ausgleichen! Lol, wer ist Celina im CS? Äh, keine Ahnung! Ich schätze mal ein Mädchen! Ne! Das klingt kein Celina! Kero Bär, 100 pro! Pado, Pado! Pado! Pado, Pado! Okay, warte, da ist Acquina drin versteckt! Meist du wirklich das, dass es hier ist? Das glaub' ich nämlich auch nicht! Okay, die ist schon wieder weg! Wir haben die Bombe! Hab' schon, wundervoll... Nein! Äh, äh, am Flugzeug! am Flugzeug ja wir haben die Runde verloren aber es ist doch nicht aber geile Scheiße ich hab nicht gehört es hilft ja aber nicht, wenn ich dir zuerst die Kugeln reindrücke da habe ich ein Teil für sich von Konstruktion das Ziel zerstört so wer von euch hat nicht eiskalt naja Aua einer geht in Richtung Flugzeug du bist auf dich allein gestellt ah klar dass du du bist, es kommt nicht von dir so aus wir haben die Kiste vergeschlauert nein 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 jetzt bin ich die verschlammte ich Idiot aber jetzt habe ich eine Drohne Janis auf die Map gucke wer sind die Gegners auf die Map gucke mache du ich hab glaub eiskalt nein hast du nicht Boah! Junge! Team! Einer sind fliegt für die nächste Runde ha 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 jetzt hat sich die Drohne ja null und nix gebracht der ist schon negativ da ist doch mein Schwanz gelutscht alter so let's go ich will die da da let's go ja ah süß Boah! 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 Tod! Ach schade! Nee doch nicht! ja nicht! die Bombe wurde platziert! Oh Gott, wie schlecht. Patty, lebst du noch? Ne, der tut noch so. Fuck! Cockpit, ähm, Flugzeug allgemein, meine ich nicht. Nein! Doch! Ach, sehr schön. Hahaha, hörst du mal grad? Komm, ich lass schön schüttelig nach, aber man kommt ja daher. Ach, wie geil. Ach, sehr schön. Das zieht der Scheiße, ich hab die falsche Klasse ausgewählt. Okay, dann schuldig mal. Oh, scheiße, einer ist im, ähm, Haus drin. Nein, bin ich nicht. Im Mittelhaus. Ja, toll, Janis, Janis, E ist Messern. Okay. Nee, Hotkey ist Messern. Da bin ich viel schneller drin. Ja, ich weiß, aber er hat das noch standardmäßig auf E. Ach so. Oder? Ja, ich weiß schon, aber er kann chatten. Ja, ich weiß schon, aber er kann chatten. Ah, cool. Patty ist sehr schlecht. Ich mach' mir aber immer, es geht um Asch, wobei ich schlechte sind ja nicht. B! Oh, drückt er mir einen rein, ey. Einmal schraubieren. Ghün. Woran schraubieren. Höher. Er ist messerlos bereit. Alter, einer ist hinten schon bei uns. Am Spawn. otisch? Julli. Aha. Sehr schön, der Korzone hat diesen spwarnt. kg viel lang. Oh, der sitzt jetzt durch mitkommen. watched a look. Ah. Da hätte er eigentlich schon wechseln müssen. Hättet hätte Fahrradkette. Zeitanwechsel. Okay. Oh, schnell! Pass schnell, ne? Jetzt nichts passt schon. Das Ziel zerstören! Das glaub ich dir aber bewusst. Oh nein, Champa, nicht reinzuhören. Nein! Oh, ich dachte, ich dachte, du... Wer endet die Mission? Ey, wenn Jumbert verboten wird. Stupsen, man bitte an, dass er nicht reinkommt. Ja. Nicht immer mit mir mitrennen. Es ist voll scheiße, wenn er dann irgendwie mit der Granate kommt, ist er, wir beide weg. Ja, hab' umgeschrieben. Die Bombe wurde platiert! Ja, der ist... Ey, was ist gerade drin? Der ist jetzt in der Ecke. Geräusch, in den ganzen... Andere Ecke! Andere Ecke! Boah! Dein Mutter, Alter! Wer ist das jetzt im TS, Junge? Was geht ab? Leute, das sind drei Leute jetzt im TS! Wir sind 100 pro über zum Jumperleute, 100 pro wegen SMP! Das Ziel zerstören! Meins? Aber die Jumper ist jetzt raus! Wir haben die Ball! Lassen Sie mich anderen Leute, keine Ahnung! Ne, Junge! Verbündete Presenter-Drohne, ich... Oh, nö! Oh, nö! Nein! Ja! We both survive! 1-A! Mh, ich weiß! Und 1-A! Oh! Beide sind A! A! G, A, Jubi! Eeeeeh! Eeeeeh! Eeeh! 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 OOOH! Die Frage ist von wo? Der hat er, der hat er! I know! Ehh! Ah, das fängt sogar um... Ehh! und mich lernt dazu Leute die haben volle Kanäle getroffen und so auf den Vorten wo seine Fresse stehst die Schatten und die Entfernung mit der Schmerz auf die Entfernung also bitte nein